Ich kann überhaupt nichts erkennen, Tim. Okay, warte. Ich schwör's dir, irgendeinen verdammten Grund gibt es immer. Warte, ich hab's. Du bist das Held nie. Schnauze. Mann, bist du übel drauf. Seid ihr Mädels auch schön eng angeschnallt? Enger als der Arsch, dann als... Echt witzig! Wir sind auf Kurs. Was gibt's für mich da draußen, Joey Ray? Ich glaube, ihr habt ihr daran gefunden. Aber irgendwas verstehe ich nicht. Hier draußen treibt eine verdammte Ladung Tumbe herum. Diesmal sind wir aber echt im Drückenlande. Erklär mir mal, wie wir das alles nach Hause schaffen sollen. Ich bin aus der Formation ausgeschert und bewege mich auf die Reste des Raumschiffs zu. Verdammt, Tim. Die Kamera ist schon wieder ausgefallen. Ja, ja, aber du brauchst nicht gleich zum Wecker. Ich wecker auch nicht verdammt nochmal. Die Stecher draußen der Scheiß in der Runde. Hey, ihr verdammtes Poliziot! Hört auf mit dem nämlichen Gequatsche! Haltet den Kanal 2! Lass den Mist und helfen mir nicht zu! Moment, die Kamera läuft hier! Oh mein Gott, der Bank ist verzogen! Genau hinter dem Raumschiff ist genau in er sich erschienen! Oh mein Gott! ARD Text im Auftrag von Funk